hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren beitrag bei mir auf dem kanal mit einer sache die mir schon seit 2020 im kopf herum spukt und zwar einen wagen vergleich einem jahr evolutionären wagen vergleich der schnellzugwagen von fleischmann seit den 70er jahren genauer gesagt seit 70 71 als denn die ersten ja ich sag ruhig mal ams dann herauskamen es waren eigentlich keine in dem sinn ja und diese evolution der konstruktionen von 1971 bis 2022 bis denn dann endlich mal die konstruktionen erschienen sind ja möchte ich mal einen kleinen überblick verschaffen und mich mit den modellen eben beschäftigen und da haben wir zuerst den jahr ist auch der richtigen ja ich weiß gibt ja zwei verschiedene davon und zwar den av mz 111 oder 111 ja und da muss ich mal kurz zurückrudern es geht ja bei konstruktion immer darum ich sag so ein werkzeug die form ist teuer in der produktion in der herstellung aus denen dann die wagen gefertigt werden und ist auch noch heute so manche firmen die treiben das wirklich auf die spitze oder perfektionieren das ganze wie zum beispiel mattel auch bereits in den 1980er jahren mit dem master of the universe figuren da wurde getauscht ohne ende da gab es gewisse armteile beinteile und die wurden untereinander gemischt wurden anders eingefärbt die zubehörteile wie spere zum beispiel gab es dann halt bei dem king rendor in gold und beim whiplash eben in orange und schon hatte man eine ein anderes zubehörteil so gesehen passend eben zum charakter also dann angelegt bei modellbahnfahrzeugen ist das natürlich nur bedingt möglich das gleiche werkzeug für verschiedene produkte dann eben auch zu nehmen und ja bei dem man kann schon mal sehen ich packe gleich mal aus ist bei dem wagen ist eine schürze mit dran und auch die fenster aufteilung zu der ich auch gleich noch kommen ist anders es gab nämlich habe ja auch den katalog von 1976 liegen da ist dieser wagen sogar noch enthalten draußen kommen wie gesagt 71 und da gab es mich dann auch den die 81 60 den tc fernstellt zum wagen erste klasse modell des afm h und bei dem ist dann auch die schürze dran und auch die versenkten zuglauf schilder das schauen wir uns jetzt mal am modell an gut er wurde jetzt hier der blaue wurde jetzt bezeichnet als afmz 111 also nicht als aüm aber dennoch gab es keinen afmz eben in blau und was damals auch schon moniert wurde was ein bisschen bemängelt wurde dass wenn es jetzt eben ein ue cx wagen ist dass die abgerundeten dächer nicht vorhanden sind dass also die steile dächer vorhanden sind an den wagenenden am wagenende oder an die wagen ändern dass eben die fenster gar nicht passen wir haben ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 müsste aber 10 sein dazu die art der fenster ist bei dem wagen falsche schürze hatten die ue cx wagen ohnehin nicht und dann eben auch die auf der anderen seite zeigen eben die eingelassenen zuglauf schilder war bei den wagen eben auch nicht ja vielleicht mal nahm es sich dann zu herzen und im katalog von 76 ist der noch drin denn die umkonstruktion hier ist da und der war auch in einem wagen set enthalten oder beziehungsweise in einer zugpackung enthalten die hier auch drin ist die zugpackung 39 73 und da war der halt mit enthalten ja das war eine betriebsbereite anfangs garnitur mit langem überhüllgleis und weichen ein diesellok sondern die typ bezeichnung stand gleich mit drin nur die artikelnummer von fleischmann eben ja man nahm es sich dann aber zu herzen und änderte das ganze dann doch gut an dem wagen ist zwar jetzt keine kurzkupplungsklimatik aber vom vorbesitzer ich habe den mal gebraucht erworben oder habe ich selber umgebaut kann auch sein dass ich selber umgebaut habe zumindest habe ich mal die kurzkupplungsköpfe dann gebaut weil ich damit auch mal was vorhatte beziehungsweise was ausprobiert hat funktioniert aber er fährt auch selbst im kleinsten radius ohne probleme durch da hakelt nix da stößt nichts an ja gut hier da ich habe die falsche seite gezeigt hat hier kann man sich die fenster noch mal ganz gut sehen das sind definitiv die falsche fenster für einen aym ja vielleicht schon nahm es sich dann zu herzen und änderte dann ein paar sachen da wollen wir gucken was sich denn geändert hat das jetzt war der mit der 81 10 ja das war auch der 81 10 das war jetzt schon der mit kurzkupplung aber von der optik her ist der so gesehen unverändert dann übernommen worden und die andere seite ist besser und was hat fleischmann denn dann geändert also erstmal habt ihr auch die passenden dachlüfter bekommen und passendes dach auch mit der abgerundeten enden dann hat er erhalten beziehungsweise dann die aufgedruckten zuglauf schilder das haben sie geändert und die schürze ist empfangen er hat also in die neuen fenster und die auch die falschen fenster so gesehen also hier noch mal weil ich versuche mal mittig hinzustellen dass man beide wagen dann auch so sieht dass wir dann die änderung gewesen und wie gesagt der kam der lief dann bis 76 hatte damals auch eine uvp von 12 euro 12 euro war auch dann die um konstruktion der afr hieß aber trotzdem noch avmz mit der nummer 81 10 der war dann von 9 von 1977 bis 1988 so im programm bekam dann die kurzkupplung so jetzt setze ich den auf von ab 89 dass mich dann der hier und das ist dann die 81 10k logischerweise und der war von 89 bis 2008 wenn gut jetzt bei moba daten info geschaut gehabt war der wohl bis 2008 im fleischmann programm lange gehalten für einen wagen der so gesehen gar nicht mehr so der unbedingt der realität entsprach die hatten dann trotzdem die doppelten türen das war schon alles okay aber eben die fenster aufteilung so noch mal auf die schienen geruschelt zack ich hoffe man das jetzt vom platz her ausreicht wird knapp werden ja und dennoch auch wenn der bis 2008 im programm von fleischmann zu bekommen war gab es dann 2001 eine sonderserie und zwar kann man das mal erkennen an dieser leicht blauen nummer auf dem packung der 8888 gut hier findet die kupplung und das wäre dann der passt aber von der höhe her schon noch zu den anderen waren immer ein bisschen hochbeinig die fleischmänner das ist man ja so gesehen dann gewohnt aber es war dann zumindest mal ein vernünftiger der auch die bezeichnung am dann erhalten hat das formodell hatte zwar die immer noch die nummer die bezeichnung av mz es gab aber auch schon zu der zeit also 76 davon bin ich eben ganz abgekommen gab es dann aber trotzdem ein aum der auch darauf basiert aber wie gesagt es mussten werkzeugkosten gespart werden und zwar in der beige türkis farbenen version ozean blau konnte man das damals nicht nennen deswegen sage ich türkis die 81 91 eben auch noch mit versenkten mit erst mal mit neuen fenstern dann mit den versenkten zuglauf schildern in den kästen dafür und er hatte aber keine schürze mehr also der hat dann zumindest schon mal keine schürze mehr gehabt trotzdem auch so naja eigentlich doch noch ein fantasie produkt lief aber im katalog als modell des aym ja also mein name ist nicht so genau mit der ganzen sache wie gesagt 2001 kam dann mal die neu konstruktion man kannte den auch noch von anderen fahrzeugen beziehungsweise darauf wurden dann auch andere druck varianten erstellt wie dann zum beispiel die ganze sache in ozean blau elfenwein und das ist also gleich wie er hier die gab es dann doch schon mal als serienmodell das war hier eine einmal serie als ergänzung zu den reisezug was aber nicht genau für welchen dann dauerte es ein wenig dann kam der aym 203 888 8 k die fleischmann nummer gab es dann ein jahr später als a4 m 61 allerdings genau es war genau gleich der gleiche wagen es waren keine änderungen großartig an den türen es waren auch die die doppeltüren die schiebetüren an den wagenenden die der hier halt auch hat nicht die klapptüren der epoche 3 es gab ihnen dann aber als druck variante in epoche 3 86 41 war damals dann die nummer 2002 ich weiß jetzt aber auch nicht ich meine es war dann auch bloß auch wie so eine einmal geschichte auch damals schon sonst nicht mehr sachen immer länger aber warum daraus eine langlaufende geschichte machen wenn es den denn bis 2008 gab dann kann man auch mal eine zwischenserie einschieben kann man auch einen vernünftigen rausbringen aber für das gemeine volk die eben dann nicht auf jede neuheit anspringen da reicht ja dann der avm z im programm anders kann ich mir das ganze nicht vorstellen der aym 203 dieser hier der kam dann aber dennoch noch mal ab 2007 also zum auslauf dieser version haben sich dann doch entschieden wir bringen den noch mal in serie raus bis wann der genau lief kann ich jetzt auch nicht sagen aber es gab dann zumindest eine epoche 4 aym 203 der wenn ich bis 2015 lief zumindest 2015 kam auch noch mal dann wurde eine nummeränderung gemacht und dann gab es den noch mal als 86 41 01 aber unverändert das sind also jetzt die drei konstruktionen die es bis dato gab bis es denn dann 20 2019 gab es ja schon die vorankündigungen 2020 sollte der wagen erscheinen jetzt muss ich mal gucken wie ich den ja am besten aus der packung hole dann kam ja im letzten jahr 2020 endlich die neue konstruktion die sehen noch von der höhe alle passend aus aber zu anderen wagen wie auch nicht passend und dann kamen endlich mal dann gab es eben die bereits besprochenen neukonstruktionen keine puzzle drauf oder irgendwie sowas okay und da sieht man schon mal wie sich dann der unterschied macht also die die faltenbelge die gummiwulst übergänge die gummiwulste sind halt ein bisschen filigraner geworden zudem sind tiefer gekommen aber wie gesagt die habe ich ja schon ausreichend besprochen auch im zusammenhang dann eben mit anderen fahrzeugen ja und das ist dann eben so gesehen die evolution dieser wagen von optisch nicht unbedingt vertretbar zu optisch auf jeden fall vertretbar aber gut zu den kleinen mankos des ganzen werde ich mich jetzt hier nicht äußern es geht ja um die konstruktionen und bei den innenanrichtungen war es noch so dass hier die innenanrichtung eben das kann ich eben noch mal kurz zeigen dann noch am die dächer ganz leicht lösen zack einmal leicht mit dem fingernagel dazwischen gehen da waren ja die sitze noch am wagenkasten eben mit dran gespritzt und bei denen wie schon mal gezeigt sind die sitzt ja jetzt ganz anders aufgebaut die trennwände sind einzeln optisch machen die auf jeden fall einen sehr sehr schönen eindruck auch wenn es eher eigentlich vitrinen modelle sind als dann wirkliche als gebrauchsmodelle das kommt ja nicht ganz so gut hin wie man ja vielleicht schon bemerkt hat ja dann habe ich dir jetzt andersrum drauf ja so sieht man zumindest wie die entwicklung von 1970 71 eben bis zum jahr 20 22 sich dann bei den fleischmann schnellzug wagen des types aym beziehungsweise avymz dann eben verhalten hat ja so weit dann erst mal zu einem kleinen überblick über die erste evolutionsgeschichte die ich ja mal hier so ein bisschen aufzeigen wollte bedanke mich wieder vielmals fürs reinschalten und würde mich freuen wenn auch beim nächsten wieder mit am start sein bis dann und bis dann